Ich begrüße Sie zu Israelnetz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Ein palästinensischer Terrorist hat am Dienstag im Westjordanland drei israelische Sicherheitskräfte erschossen und einen weiteren schwer verletzt. Der Anschlag geschah außerhalb der Siedlung Har Adar nahe Jerusalem. Die Sicherheitskräfte öffneten gerade den Eingang für palästinensische Arbeiter. Der Attentäter hatte eine Arbeitserlaubnis. Er benahm sich verdächtig. Als ihn die Sicherheitskräfte zum Stehenbleiben aufforderten, eröffnete er das Feuer und wurde erschossen. Die Hamas begrüßte den Anschlag. Die Fatah machte allein Israel verantwortlich. Israels Premierminister Netanyahu hat Kanzlerin Merkel nach den Bundestagswahlen gratuliert. Er nannte sie eine wahre Freundin Israels. Der Präsident des jüdischen Weltkongresses, Lauder, gratulierte Merkel ebenfalls. Er lobte, wie sie den Staat Israel verteidige. Den Einzug der AfD in den Bundestag verurteilte er als verabscheuungswürdig. Auch der palästinensische Präsident Abbas hat Merkel gratuliert. Er teilte mit, er freue sich darauf, die Kooperation zwischen Deutschland und den Palästinensern zu stärken. Schulbücher in Saudi-Arabien fördern den Hass auf Andersgläubige. Diesen Vorwurf erhebt die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Sie hatte 45 Lehrbücher untersucht. Ein Thema in den Büchern ist unter anderem die Frage, woran Muslime erkennen, dass der Tag der Auferstehung naht. Dazu heißt es, die Stunde werde nicht kommen, bis Muslime die Juden bekämpfen und töten würden. Das Bundeskabinett hat der Antisemitismus-Definition der Internationalen Allianz für Holocaust-Gedenken zugestimmt. Danach ist auch die pauschale Israel-Kritik als Antisemitismus zu verstehen. Der Kampf gegen Judenhass gehöre zur Staatsräson, erklärte Innenminister de Messier. Die neue Definition ist rechtlich nicht bindend, soll aber als Richtschnur für die Arbeit in internationalen Organisationen dienen. Das israelische Ministerium für strategische Angelegenheiten unterstützt Bauern im Jordantal, die von der internationalen Boykott-Kampagne betroffen sind. Für die kommenden zwei Jahre hat es zu diesem Zweck umgerechnet rund 1,7 Millionen Euro freigegeben. Demnach will das Ministerium unter anderem Besuche ausländischer Delegationen finanzieren, die sich vor Ort ein Bild von der israelisch-palästinensischen Zusammenarbeit in der Landwirtschaft machen sollen. Das war Israel Netz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen.